hallo ihr verrückten klein und herzlich willkommen zu meinem ersten da kann mal klein richtigen wie live log hallo und also wir sind ja so hat auch so berg und kann euch mal kurz die aussicht zeigen hoffentlich versteht man nicht gut hier ist die sonne da sieht ja das gut ja natürlich weil man ja kann sein schatten also also es wird nicht so oft auch immer was kommen auf dem kanal was natürlich auch zum hervorsehen war aber was glaubt es sind sogar flocks mehr am trend als gaming videos aber ich habe mich eher auf gaming videos verschärft meine gaming videos sind geil am ende werdet ihr den dann ich weiß nicht in der video beschreibung verlinken aber eine abschaltfunktion eine abschaltfunktion das dann auch mein hauptkanal und da könnt ihr natürlich meinen coolen vlog kanal auch abonnieren soll dein hauptkanal oder soll dein vlog kanal hauptkanal gut hauptkanal und könnt ihr dann auch auf mein video klicken ich mache auf mein hauptkanal ein video zu meinem zweitkanal ja genau ähm ansonsten habe ich das nur so umsonst gemacht aber ich dachte mir mal bevor mal überhaupt nichts lange zeit kommt mache ich ja mein vlog ansonsten habe ich vielleicht mal was geplant vielleicht mal auf jeden fall sondern auch mal unboxings kommen ähm von verschiedenen sachen wie spät ist es denn gerade ok es ist 14.24 Uhr man dieser autofokus aber ansonsten würde ich sagen wenn es so ganz unscharf wenn es euch gefallen hat dann lasst eine bewertung da schaut euch beim hauptkanal um schaut euch die anderen videos an ähm und hier siehst ihr ja im sonne genießt das schöne wetter aber auch warme ja hier in sachsen nichts mit köln und im youtuberhaus ne ok und ich habe die 25 follower geknackt ich habe die 26 follower und ähm ich habe schon 72 tweets und 200 ne 172 tweets und 200 was weiß ich oder 300 folge ich weil es mal zu angeboten wurde das war's bis zum nächsten mal und ciao euer ab heute schaddi